Und der Papst signet die Strecke. Ein spektakulärer Sieg! Und hier reißt es ihm den Spoiler ab. Der Schuhmacher ist Weltmeister! Wahnsinn! So, Boxenstopp in 13 Sekunden. Das ist neue Westzeit. Auf zur nächsten Runde. Prost Norbert! Prost Schubi! Auf den Kimi! Auf den Kimi! Ferrari ist dran. Was? Wir haben Probleme mit dem Kimi. Ja, gib mal her. Hallo, euer Schubi. Nur zweimal absetzt. Wie, der Kimi hat keinen Sprit mehr. Warte doch mal aufzureden. Ich verstehe die nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da die ganze Wodka-Lieferung einfach so verschwindet. Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Ohne Sprit ist der Kimi einfach nicht zu gebrauchen. Oh, 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 oh. Schumi? Jetzt muss ich aber wirklich nach Hause. Oh, oh, oh.